Darf man Bücher von Imam al-Ghazali lesen, beziehungsweise ist er von Ahl al-Sunnah. Bei Imam al-Ghazali sollte man eine Sache wissen, Rahimullah Ta'ala, liebe Geschwister. Imam al-Ghazali war eine lange Zeit in der Irre. Und er hat die soufistische Lehre gelernt und verbreitet. Und er hat auch von Ahl al-Kalam genommen und war selber einer unter ihnen. Ahl al-Kalam sind die Philosophen. Und so hat er eine lange, lange Zeit verbracht. Bis kurz vor seinem Tod, so hat er bereut bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sagte, ich nehme jetzt die Akida von Imam Ahmad an, von Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. Und so ist er gestorben, Rahmatullah Ali. Aber viele Bücher oder die meisten Bücher, die er geschrieben hat, sind mit soufistischen Mythen und Ideologien. Und deswegen soll man diese Bücher nicht lesen. Es gibt ein Buch, Ilya Ulum al-Din, von ihm zum Beispiel, das haben die Gelehrten korrigiert. Die Korrektur kann man lesen, aber das Buch an für sich in seiner ursprünglichen Form sollte man aufpassen. Auch bei Ibn al-Qayyim, Rahimullah Ta'ala, Ibn al-Qayyim war nicht immer auf dem Weg von Ahl al-Sunnah. Bis er seinen Sheikh, Sheikhul Islam, Rahimullah Ta'ala, kennengelernt hat. Deswegen, es gibt Leute der Irre, die kommen dir heutzutage und sagen, Kala Ibn al-Qayyim. Die Aussage, die er von Ibn al-Qayyim genommen hat, als später er rechtgeleitet wurde und noch vor seiner Rechtleitung. Seht ihr, wie diese Betrüger sind? Und die Leute, die von Imam al-Ghazali nehmen, Aussagen. Imam al-Ghazali hat Taube gemacht, subhanallah. Wie könnt ihr diese Aussagen weiter verbreiten? Er wollte doch gar nicht mehr, dass diese Aussagen verbreitet werden. Und deswegen, wir sagen, Rahimullah Ta'ala, wäre er vorher gestorben, A'udhu Billah, er hat Sachen gesagt, die den Thron Allahs, Azzawajal, zum Beben bringen, möge Allahs, subhanahu wa ta'ala, uns bewahren. Von Imam al-Ghazali darf man nichts lesen, außer von jemandem, der Wissen hat. Wallahu ta'ala, ala wa'ala. Untertitelung des ZDF für funk, 2017